hey philip schock ne? erste mal hungrigen wolf oh nooo das ist wie so wie wird auch nochmal ein ründchen hier willkommen zu hungrigen wolf und so und doch nicht ins wasser gefallen oder zum teilen so heiß ein paar freiwillige die jetzt noch da sein wollen team deathmatch und wir sind ja nicht umsonst hierher gekommen wir machen jetzt hier ein bisschen radau das ist heute nur ein altes theodspiel 3-4 leute online sind weißt du ja was in so einem privatlobby jetzt hier so ist das quasi ja genau wir machen jetzt team farbe gegen team farblos wir spielen jetzt team deathmatch wir spielen jetzt erstmal wir spielen erstmal nur diese seite ich guck mal wie es sich verläuft so hallo hallo was machen wir was machen wir taktik taktik raspi raspi da das ja das das ist das 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 Hint! Hint! Ich komm jetzt raus Ja Ja Ist raus Pfingfeuern Hint! Oh 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 nein Oh oh Das war Links hinter der Plane war jemand gerade Okay Hint! 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 Sehr geiler Slowboard Bro Danke! Bisschen Bunker sagste Wer sind wir? Was machen wir? Hint! 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 Ich bin abgegangen. Ja, es ist gut, sich die Waffe abzugereitet. So, sorry, jetzt ist... Mein Gehörter hat die Waffe nicht gehalten. Ja. Tut mir echt leid. Na ja, ist gut, jetzt hat nichts kurz passiert. Ui. Voll über aeinander gestäupert oder wie? Mein Ding ist abgeflogen. War ich dafür so... Also... Nochmal zum Bunker versuchen, oder? Ja. Überall der Kasten. Oh! Uh! Kiesling? Merde, ich komme durch. Ja. Boah, das hat so einen Umschwung gemacht. Das ist gar nicht gut. Leute! Komm bitte! Haben wir das bitte mal alle im Wally-Zelt oder holen wir uns in den Bunker? Alle im Wally-Zelt oder Bunker? Junge! Echter Schwede, jetzt werden sie doch ein bisschen doll. Ja. Eieieie. Licht! Kannst du los? Okay. Oder hier im Wally-Zelt. Wenn ihr wollt, könnt ihr. Alter Junge. Es ist jung, es ist nass. Das ist wild auf jeden Fall. Ja. Let's go! Okay. Drei, 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 Drei und... Uh! Und Bunker gleich, und Bunker gleich. Ja. Der ist raus. Nice. Oh, leer geschossen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bunker? Links in dem Bunker, wo die vorhin auch schon waren. Oh! Da hat er schon nicht gemacht. Ich dachte bestimmt nicht, das ist mir egal. Vor uns. Wo sind die gerade? Links. Beim Bunker ein paar. Links in dem Bunker weg. Genau. Ah, das kann ich auch. Da ist recht am Bunker vorbei. Boah! Da war knapp. Drei, 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 Zwei, EINZ. Boah! Da weiß ich es wie die sind. Eine scheiße vielleicht. Piu, Piu... Piu, Piu, Piu! Piu! Piu, Piu! Piu, Piu! Wund's klar! Piu, Piu, Piu! Rechte Seite Fenster. Rechte Seite Fenster, die können hier nicht treffen, aber... HIT! Im Bunker immer noch. HIT! Okay. Also ich... Lohnt nicht mehr. Ich mach hier durch. Ich mach hier auch durch. Gut. Ich hoffe, dass er noch mehr Nässe auch hier drauf haben will. Und gegen Tiefel macht schon ein bisschen Spaß, auf Ende. Schon, ja. Wichtig so, ja.